Bisher bei Resident Evil Revelations. Raymond, du bist es doch, oder? Auf Schmerzen, Kadett? Nein, ich kann auch kämpfen. Guter Mann. Du hast wohl an alles gedacht. Aber selbst die FBC wird bei dieser Sache nicht alles verschleiern können. Überlass dem Himmel Gerechtigkeit zu leben. Genauso wie in Wachon City. Herr Griezer ist ausgelöscht. Sieht aus, als wären wir beide zu spät. Hey, kommt mal her. Schaut. Die ihr eintretet, lasst alle Hoffnung fahren. Alle Hoffnung fahren. Er zitiert Dante. Wir flogen nicht hier. Das verspreche ich. Wir sind Veltro. Wir haben hier wohl ein paar übersehen. Und die sind auf dem Schiff. Und jetzt wollen sie mit dem Virus noch einmal angreifen. Sie wollen alles über Terragritia wissen. Und sie wollen Rache. Jill, sieh mal. Das ganze Schiff ist ohne Strom. Das Schiff läuft auf Notstrom. Aber das Nachrichtensystem braucht den Hauptstrom. Wir müssen den Maschinenraum reaktivieren. Aber das wird nicht einfach. Das Schiff ist ohne Strom. Das Schiff ist ohne Strom. Raymond. Hier. Was könnt ihr vielleicht brauchen? Wie ihr schon sagtet. Ihr braucht dringend Strom. Ja. Der Eingang ist auf dem Gang im ersten Stock. Sollen wir nach dieser Rage-Share suchen? Können wir. Aber erst nachdem wir den Strom wieder angeschaltet haben. Sollen wir den Strom wieder angeschaltet haben. Sollen wir den Strom wieder angeschaltet haben. Sollen wir den Strom wieder angeschaltet haben. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.